Claudia, was bedeutet Grün für dich? Grün im Sinne von Politik bedeutet für mich nachhaltige soziale Politik für die ganze Bevölkerung, die viele Aspekte berücksichtigt und sicher nicht auf Kosten der zukünftigen Generationen geht. Berlin oder Bergün? Ja, es ist schwierig, weil ich an beide Orte sehr gerne. Ich würde sagen Berlin, weil das ist eine Stadt, die ich den letzten Sommer zwei Wochen verbracht habe und sehr genossen habe, ganz viele Inputs bekommen habe, eine sehr bereichende Zeit. Ja, darum Berlin. Hast du eine zweite Heimat? Ja, das ist der Norden. Der Begriff Heimat ist natürlich schwierig zu definieren, aber ich habe, wenn ich im Norden bin, das habe ich früher in meiner Jugend schon in Schottland erlebt. Und jetzt bin ich im letzten Skandinavien-Aufenthalt, so wirklich hoch im Norden, habe ich das Gefühl von Heimat, obwohl es so weit weg ist von meiner eigentlichen Heimat. Servala oder Bratwurst? Ich esse sehr wenig Fleisch, aber ich würde jetzt hier sagen Servala, weil so ein Waldes Hörchen machen und ein feines Servala-Brötchen mit langen Beinen, das ist sehr fein. Okay. Wenn du Stadträtin bist, dann? Dann, das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil ich weiss auch nicht, welches Departement ich übernehmen würde, aber ich würde sicher den Umbau auf erneuerbare Energien vorwärts treiben. Und ja, also das ist sicher eines meiner zentralen Vorhaben. Und wenn es jetzt Bauamt wäre, dann würde ich sicher schauen, dass Bauwilligungen beschleunigt oder schneller bearbeitet werden. Merci. Gern geschehen. Danke.